Sie lieben dänische Mode und legen Wert auf Individualität? Andrea Otto heißt Sie willkommen in Ihrer Welt aus skandinavischer Kleidung mit Charakter. Ob klarer nordischer oder verspielter Romantik-Look, jede Saison werden zwei vielseitige Kollektionen unterschiedlicher Stilrichtungen entworfen. Andere Mode, anders shoppen. Entdecken Sie Ihre neuen Lieblingsteile und lassen Sie sich inspirieren, abseits von Alltagsektik und Massenkonsum. Das perfekte Outfit bei Snacks und Sekt in entspannter Atmosphäre präsentiert Andrea Otto die neuesten Trends und berät Sie individuell. Veranstalten Sie einen Mode- und Stylingabend in der Galerie 22 oder in Leipzig und Umgebung direkt bei Ihnen zu Hause. Vergessen Sie den Einkaufsstress und lassen Sie Ihren nächsten Shoppingtag zu einem entspannten Erlebnis werden.